Zweitens, eine vertrocknete Ingwerwurzel. Ja? Ja! Ja, der Hammer! Ja! Und... Sieht ihr dafür? Also, er war hier in der Jacke. Jetzt tue ich ihn da wieder rein. Ja? Ja, Sie sind ja nicht schlecht. Ich hab gehört, Sie können auch Kreditkartennummern erraten. Ja, hab ich früher gemacht. Haben Sie damit in Rumänien Karriere gemacht? Auch die Angebote kamen. Nee, war rein zu Unterhaltungszwecken. Könnten Sie jetzt zum Beispiel die ersten vier Ziffern meiner Kreditkarte erraten? Ähm... Die weiß ich zufällig auswendig? Ja, das wird recht lang dauern. Also, wir könnten das gerne machen. Ich müsste die dann aufmalen und wir könnten über eine Bewegung rausfinden, was es ist. Nein, wir machen jetzt noch was anderes, ja. Wir machen jetzt noch ein anderes Experiment. Das wiederum ist schon etwas bekannter, aber sehr eindrucksvoll. Jetzt sagen Sie bitte, wie das funktioniert. Wir brauchen... Insgesamt, außer Ihnen, noch zwei Leute aus dem Publikum. Zwei Leute aus dem Publikum. Da würde ich mal sagen, da sitzen doch sehr... Nein, da hätte ich gesagt, du kommst rauf. Komm, du kommst rauf. Und äh... Und sie kommt rauf, ja? Dürfe ich dir helfen? Komm, geh her. So. Äh... Wo stellen wir die hin? Ja, das ist der Ding. Das ist der Ding. Und das ist die anderen. Da bitte... Einfach in einer Reihe? In einer Reihe. Wir drei. Ich stelle mich mal eben, ups, hier rüber. Okay. Cool. Ruhig mal so in einer Reihe. Und ja, so ist schon gut. Ruhig ein bisschen näher zusammen. Ja, auf geht's. Wenn Sie beide bitte die Plätze tauschen würden. Jetzt mal. Ja. Na bitte. Sie bleiben in der Mitte stehen. Herr Pelsich, Sie bleiben in der Mitte. Ja, also. Jeder von Ihnen bekommt von mir ein Blatt und gleich noch einen Stift. Und ich stelle mich jetzt gleich mit dem Rücken zu Ihnen. Und sobald Sie den Stift in der Hand haben und ich mit dem Rücken zu Ihnen stehe, mal jeder von Ihnen auf dieses Blatt eine einfache Zeichnung, ein einfaches Bild. Also halten Sie es wirklich einfach. Irgendein einfaches Symbol, ein einfaches Bild. Sie haben dafür zehn Sekunden Zeit. Okay. Ich zähle von zehn rückwärts. Das heißt, dann können Sie anfangen zu malen. Ach so. Ich schaue konzentriert in diese Richtung. Sie können beginnen. Jetzt. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Stopp. Halten Sie die Bilder alle so gegen Ihren Körper, dass Sie... Okay. Ich drehe mich jetzt um. Ich möchte nicht sehen. Okay. Prima. Stifte sammle ich nochmal ein. Mhm. Und Herr Pelzig, sammeln Sie mal die beiden Zeichnungen ein, die da neben Ihnen sind, und mischen Sie die durch, sodass Sie selbst nicht erkennen können, welche Zeichnung an welcher Stelle liegt. Sehr gut. Ich nehme die kurz an mich. Aber nicht schauen. Nein. Natürlich. Nichts. Pass auf. Ja. Ich drehe jetzt gleich die erste Zeichnung um. Ich zeige die allen hier im Raum. Und Sie können alle mitmachen. Irgendeiner von Ihnen hat diese Zeichnung gemalt. Ich frage jetzt gleich jeden von Ihnen, ob Sie diese Zeichnung gemalt haben. Und Sie sagen alle nein. Das heißt selbstverständlich, dass es Ihre Zeichnung war. Sie sagen in jedem Fall nein. Sie sagen in jedem Fall nein. In jedem Fall sagen Sie nein. Okay. Am besten Sie machen Pokerface und Sie schauen komplett nach vorne. Die erste Zeichnung des heutigen Abends ist sein Tisch. Okay? Und ich lege die anderen, lege ich mal hier so ab. Jetzt frage ich Sie alle drei, ob das Ihre Zeichnung war. Und Sie sagen alle nein. Also in jedem Fall, Sie sagen in jedem Fall nein. War das Ihre Zeichnung? Nein. Herr Pelzig, war das Ihre Zeichnung? Nee. Also bitte. Sie hätten nicht weiter was sagen sollen. Sie haben sich verraten. Es ist einfach bei Ihnen jetzt, wo wir eingetuned sind. Sie haben gelogen. Das war Ihre Zeichnung, stimmt's? Ja. Zeichnung Nummer 2 ist... Ah, ein Herz. Ich weiß ja... Also ich weiß ja noch nicht von wem es ist. Ich habe eine Hoffnung. Sie sagen mal beide Ja. Okay? War das Ihre Zeichnung? Ja, ja. War das Ihre Zeichnung? Ja. Nein, das war Ihre Zeichnung, stimmt's? Herzlichen Dank. Nehmen Sie doch mal Platz. Sie waren super. Bleiben Sie noch kurz. Okay. Zugegebenermaßen, es wäre jetzt... Es wäre auch einfacher. Genau, es wäre wirklich... Aber wissen Sie, was noch einfacher ist? Rauszufinden, wem die Zeichnung gehört, die da unten jetzt liegt. Das wäre noch einfacher. Aus dem Grund machen wir das auch nicht. Aber damit auch wirklich alle das mitbekommen, die auch weiter hinten sitzen oder die vielleicht über die Kamera das nicht genau mitbekommen. Ich habe das so abgelegt, dass die Zeichnung nach unten liegt. Und Sie in der ersten Reihe, Sie können bestätigen, ich kann nicht wissen, was da steht. Richtig? Prima. Denken Sie bitte gleich mal ganz intensiv an das Bild, das Sie gemalt haben. Am besten Sie denken sogar intensiv an diese 10 Sekunden, die Sie gerade eben das Bild gemalt haben. Ja. Haben Sie mit rechts oder mit links gemalt? Rechts. Rechts. Dann halten Sie Ihre rechte Hand mal so nach vorne. Und ich bewege jetzt gleich Ihren rechten Arm. Das heißt, Sie bewegen Ihren rechten Arm nicht, ich bewege Ihren rechten Arm. Darf ich das Hemd so ein Stückchen zurück? Danke. Und Sie konzentrieren sich einfach auf diese Zeichnung. Nochmal. Sie bewegen dabei jetzt nicht Ihren Arm. Aber Sie denken intensiv an diese 10 Sekunden. Fertig? Ja. Okay, konzentrieren Sie sich auf Ihre Zeichnung. Jetzt. Okay, danke schön. Ich zeige Ihnen mal, was da bei mir angekommen ist. Das war ein Scherz. Ich habe noch nicht angefangen. Ich nehme es mal quer. Ich bin wirklich kein besonders guter Zeichner. Aber mein Eindruck war... Ich hoffe, man kann es... Ich schreibe mal noch drunter, was es sein soll. So. Okay. Gehen Sie bitte mal selbst zu Ihrer Zeichnung hin und heben die hoch. Zeigen die allen vor und zeigen allen, was das für eine Zeichnung ist. Kommen Sie ruhig einen Schritt näher. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Schwein. Ein Schwein? Okay, Sie hätten es auch drunter schreiben. Oh! Wahnsinn! Trostenabene! Dankeschön! Achne! Grüß Gott! Grüß Gott. Ja! Danke! 同네요!